Obwohl es da, warum muss der Rechteinhaber das suchen? Das läuft doch darauf hinaus, was ich eben sagte, dass die Äußerung sich rechtfertigen muss. Weil die Plattform ist in dem Moment, wenn wir jetzt von der breiten Masse, nicht von den Piraten ausgehen, die das bewusst machen, sondern von der breiten Masse der Bevölkerung, die auf Social Media was shared, steht ja die Plattform als Werkzeug der Nutzer da. Warum muss der Nutzer jetzt rechtfertigen, was er da macht? Warum drehen wir das leichtfertig um? Warum ist es nur dazu da, das Urheberrecht besser durchzusetzen? Und wenn das der Grund ist, muss ich wirklich sagen, ist der Kollateralschaden nicht zu groß? Also natürlich ist das ein legitimer Wunsch zu sagen, wir müssen mehr von diesem Graubereich zurückdrängen oder wir müssen das irgendwie mehr sensibilisieren. Aber das, was da gemacht wird, würde ja auf komplette Umkehr der Beweislast laufen. Das heißt, jede Äußerung müsste diesen Filter durchlaufen. Ich müsste alles, wo ich mich darüber austausche, müsste erst mal eine Erlaubnis kriegen. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir grundgesetzlich garantiert haben, nämlich, dass Dinge gesagt und gezeigt werden dürfen, es sei denn, sie sind rechtswidrig. Und das würde dann umgekehrt, sie würden gar nicht erst erscheinen, es sei denn, sie sind rechtmäßig. Und diesen Paradigmenwechsel, finde ich, der wird zu leichtfertig im Moment, zumindest in diesem Kommissionsvorschlag, niedergelegt. Und das würde dann umgekehrt werden,